Überraschung! Überraschung! Hallo meine Lieben! Hier ist die Betty von Fab40 Style und herzlich willkommen zu einem besonderen Video für einen besonderen Menschen an einem besonderen Tag. Und zwar die liebe Nadine vom Kanal Moldavid. Ich grüße dich und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt, denn ich habe noch ein paar andere liebe Menschen eingeladen in diesem Video Gast zu sein und lasst euch überraschen. Liebe Nadine, dieses Video ist für dich. Überraschung! 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 Und sehr, sehr gerne hätte ich für dich eine schöne Überraschungsparty organisiert und alle eingeladen. Das geht leider nicht, weil wir doch relativ weit auseinander wohnen und jeden, den ich erreichen konnte, hat sehr, sehr gerne mitgemacht. Und sehr, sehr gerne hätte ich auch viele Zuschauer gerne gefragt, mit in dem Video zu sein, aber ich wusste nicht, wie ich das bewerkstelligen sollte, ohne dass du das erfährst. Und das wären dann sicherlich ein paar mehr Dutzend, wenn nicht sogar Hundert oder Tausende Geburtstagsgrüße mehr geworden. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Und ich wünsche dir alles erdenklich Liebe zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles, 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 alles Gute zum Geburtstag. Ja, alles, alles Liebe zum 18. Geburtstag wünschen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, meine Süße. Alle, die ich erreicht habe, haben sehr, sehr gerne mitgemacht. Und ich muss sagen, es hat unheimlichen Spaß gemacht, das zusammenzuschneiden, weil, ach ja, da ist mir schon das Herz aufgegangen. Jeder hat ganz, hat einen ganz persönlichen Bezug zu dir und das war so, so schön zu sehen. Und ich hoffe, es gefällt dir wirklich genauso, wie es mir Freude bereitet hat, das vorzubereiten. Das war gar nicht so einfach, das vor dir geheim zu halten, denn ich hätte, denn ich hätte am liebsten immer mit allen Neuigkeiten herausgeplatzt. So Maus, jetzt aber viel, viel Spaß mit deinem Video, genieße es und stoß auf uns an. Ich gebe unseren Staffelstab mal weiter an die ersten Gratulanten. Bitte schön. Der Moldavid soll Lebenskraft und Frohsinn schenken und genau so bist du, liebe Nadine. Egal ob Review, Schuhsammlung, Aufgebrauchtvideo, Maskenprojekt, egal was, alle deine Videos sind wirklich toll und man merkt, dass sie von Herzen kommen. Liebe Nadine, ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles, alles Gute zum Geburtstag. Bitte bleib so, wie du bist, denn so bist du einfach wunderbar. Ich kenne dich jetzt auch schon seit einiger Zeit und verfolge dich ja auch. Du weißt, ich bin einer deiner größten Fans wahrscheinlich. Ich schaue jedes Video von dir, auch wenn ich nicht immer jedes kommentieren kann, denn deine Videos sind einfach ehrlich. Sie sind immer amüsant, es gibt immer was zu schmunzeln und ja, auf deine Videos freue ich mich jedes Mal. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, du hast mir vor ganz, ganz langer Zeit mal diesen Schal hier geschenkt und auch den habe ich immer noch und ich trage ihn auch. Einfach, weil er mich immer an dich erinnert, weil du einfach so ein lieber Mensch bist und denkst immer an alle anderen, was ich wundervoll finde. Und ohne dich wäre die Welt nur halb so schön. Bleib so, wie du bist, ganz viel Glück, Liebe und Gesundheit. Lass dich reich beschenken und ich hoffe, wir sehen, hören oder schreiben uns bald wieder. Dankeschön. Ja, Happy Birthday, meine Maus. Meine Maus, ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag und alles, alles Gute. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich wünsche dir alles das, was du dir wünschst. Ja, und ich sage nur eins, willkommen im Club. Ja, aber ich denke, es kommt wirklich, ja, es ist ganz wichtig, wie man sich fühlt, wie alt man sich fühlt. Und ja, ich weiß, dass wir beide, wir sind jung, wir sind jung geblieben. Und ja, meine Maus, ich, ja, ich habe dich ganz doll lieb. Ich habe dich wirklich ganz doll lieb, meine Maus. Ja, wir kennen uns jetzt, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja, es sind wirklich schon ein paar Jahre und ich bin einfach total froh über deine Freundschaft und total stolz, deine Freundin sein zu dürfen, weil du bist ein, du bist wirklich ein wunderbarer Mensch und ja, das macht mich ganz stolz und ich habe dich ganz, ganz doll lieb, meine Maus. Schön, dass es dich gibt. Ich schicke dir einen ganz dicken Knutscher und ich habe dich lieb. Liebe Nadine, hi, wie immer die Hand. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles, 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 alles Gute zum Geburtstag. Dass du gesund bist, dass du schöne Geschenke bekommst, dass du viel Zeit mit deinem Lieben verbringst und einfach Spaß hast. Ganz, 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 und ohne Versprecher geht es auch nicht. Einen ganz, ganz tollen Tag wünsche ich dir und ich hoffe sehr, es gefällt dir, was wir hier zusammen aufgemacht haben. Und ja, ganz viel Spaß hier noch auf YouTube. Ich weiß, das sage ich immer, weil ich meine das ganz ernst. Und ja, alles, alles Liebe. Hallo, meine liebe Nadine. Natürlich möchte auch ich dir alles, alles Liebe zum 18. Geburtstag wünschen. Ich bin gespannt, wie viele Leute vor oder nach mir diesen tollen Witz noch machen werden. Nein, im Ernst. Ich weiß ja, dass es ein paar Jahre mehr sind, aber glaube mir, 20 ist auch nicht schlimm. Ja, du Liebe, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, 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 alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Vor allen Dingen immer viel Gesundheit für dich und deine Lieben, dass alle Wünsche, so wie du sie dir wünschst, in Erfüllung gehen werden, dass du immer glücklich sein wirst, ganz viel Spaß und Freude in den nächsten Lebensjahren haben wirst. Und davon werden ja noch viele, viele, viele kommen. Und du siehst, Holly lag bis eben noch ganz gemütlich und hat schön in die Kamera geguckt, wollte dir damit also eigentlich auch alles Gute zum Geburtstag wünschen. Aber du siehst, für Katzen sind manche Sachen halt wichtiger. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich kennen darf und ja, möchte mich doch einfach auch mal an deinem Geburtstag bei dir bedanken für die tollen Videos, die du uns immer hochlädst. Du weißt, ich gucke sie immer mit sehr, sehr viel Freude und ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn ein neues Video in meiner Abo-Vox aufploppt. Ja, ich möchte es auch gar nicht länger werden lassen. Wie gesagt, hab einen wunderbaren Tag. Lass dich schön feiern, verbring den schönen Tag mit deinen Lieben und ja, ich knutsche dich ganz, ganz doll. Happy Birthday! Happy, Happy Birthday, liebe Nadine! Ich gratuliere dir von Herzen zu deiner vierten Null und wünsche mir für dich, dass dein neues Lebensjahrzehnt voller toller Momente, wundervoller Augenblicke, richtig schöne Ereignisse, einfach positive Dinge für dich bereithält. Ich weiß, viele fürchten sich vor der 40, deshalb möchte ich dir ganz schnell noch mitgeben, dass gestern und morgen gar nicht so wichtig sind. Was zählt, ist der Augenblick und zwar jeder Einzelne. Deshalb mach dir keine Sorgen um vergangene Jugend oder um kommendes Älterwerden, denn nur wer im Jetzt lebt, merkt gar nicht, dass er älter wird. Höchstens weiser und erfahrener. Darum genieße heute deinen Tag, lass dich richtig feiern, lass es krachen, lass dich verwöhnen von deinen Lieben und bleib einfach genau so, wie du bist, liebenswert, humorvoll, spritzig, witzig, warmherzig, einfach als Mensch eine Bombe, denn genau so bist du mir am liebsten. Happy Birthday, meine Süße! Flying Kisses für dich! Hallo liebe Nadine, wir wollten dir ganz, ganz herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren. Genau. Ja, mit einem kleinen Video hier und wir hoffen, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Du hast ja jetzt auch genullt, so wie ich letztes Mal. Und ja, wir hoffen, du wirst reich beschenkt und du hast einen wunderschönen Geburtstag. Viel Glück und Gesundheit, das ist das Wichtigste. Ja, und schade, dass wir nicht dabei sein können. Ja, umso ist es. Ja, das wäre echt schön gewesen. Aber trotzdem... Ja, wir haben dich ganz, ganz, ganz doll lieb, aber das weißt du ja. Happy Birthday, Maus. So, sollen wir singen? Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Nadine, Happy Birthday to you. Ja. Aus dem Knutscher, dich. Und ich würde sagen... Wir reichen den Pinsel immer weiter. Wir reichen immer weiter. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir doch schon mal Blumen und Ballons. Es fehlen noch Kerzen und Kuchen und wie gerne hätte ich es dir persönlich überreicht. Dich gedrückt und geknuddelt, so wie wir es auch an meinem Geburtstag haben machen können. Aber jetzt muss es einmal so gehen. Und ich hoffe sehr, dass wir dich mit diesem kleinen Video überraschen und erfreuen können. Ja, meine Süße, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und es ist so, so schön, dich an meiner Seite zu wissen. Denn seit Anfang an schaue ich deine Videos und sofort ist da irgendwie so eine Verbindung gewesen. Und wir haben sofort das Besondere im Anderen entdeckt. Und das ist so, so schön. Darüber freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Und es ist einfach so, so wundervoll, was wir miteinander teilen. Und wir bringen uns zum Lachen, unterstützen uns beim Weinen und können auch mal miteinander schweigen. Und das ist wirklich einfach ein sehr, sehr großes Geschenk, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und in guten und in schlechten Zeiten, wir können aufeinander zählen. Und das ist doch das. Let's do what friends are for. Ich wünsche dir jedenfalls heute einen wunder, wunderbaren Tag und alles, alles Liebe zu deinem besonderen Geburtstag. Denn es ist ja schon die vierte Null, die du jetzt erreicht hast. Und ich finde, darauf kannst du stolz sein. Eins für jedes Jahr zählt. Und am liebsten würde ich noch 100 mit daran hängen für all die Jahre, die noch kommen sollen natürlich. Alles Liebe, Glück, Gesundheit und viele, viele Abenteuer. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, meine Liebe. Und ich freue mich, dich bald schon wieder zu sehen. Yay! So, das war's. Wir alle haben dich jetzt quasi virtuell gedrückt und geknuddelt und geknutscht. Und halt, da kommt noch jemand. Das Beste kommt zum Schluss. Also, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren und Teilen. Und ein Großteil meiner Zuschauer schaut auch bei dir vorbei, da bin ich mir ganz sicher. Und ich hoffe, ihr teilt dieses Video, zeigt es euren Freunden auf allen Plattformen, damit wirklich ganz, ganz viele Zuschauer von Nadine dieses Video entdecken und darunter kommentieren und ihr alles, alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Das wäre mein größter Wunsch und mein größtes Geschenk an dich. Stopp! Da ist noch jemand. Bevor ich das letzte Wort weitergebe, möchte ich mich verabschieden, mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und ja, meine süße Maus, ich hoffe, dieses Video hat dein Herz erwärmt, dich ein wenig überrascht, die ein oder andere Träne hervorgelockt und auch ein großes Schmunzeln auf dein Gesicht gezaubert. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderwunderbaren Tag und lass es dir gut gehen, lass dich verwöhnen, feier noch schön und freue dich auf alles, was noch kommen wird. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Betty und an alle anderen. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Überraschung! Ja, liebe Moldavid, heute ist dein Ehrentag und ich wünsche dir alles erdenklich Liebe zu deinem Geburtstag. Ich habe mir dazu ausgedacht, dir ein Ständchen zu singen und dann fange ich mal an. Weine nicht, wenn du älter wirst, dam dam, dam dam, wenn du mal nicht mehr spritzig bist, dam dam, dam dam. Zähne rein und Brille auf, heute machen wir einen drauf. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind dir treu. Ja, ich hoffe, wir sind dir treu. Ja, ich hoffe, mein Ständchen hat dir gefallen. Ich wünsche dir den schönsten, allerschönsten Tag, den du dir wünschst, den besten Sonnenschein, die liebsten Leute an deiner Seite und viele, viele Geschenke. Ich grüße dich aus der Ferne und zwar das ganz gerne. Deine Liebe Judith Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, liebe Nadine Happy Birthday to you Sie Liebe, hoch Sie Liebe, hoch Sie Liebe Hoch, hoch, hoch Yay Musik 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 Musik